Servus, Grüße und willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online-Customer-Brennen. Und wieder mit dabei ist der liebe Blackestock. Hi. Dann der Game Teddy. Hallöchen zusammen. Der Volt Action. Jo moin. Dann die liebe Caro. Hi. Und der Flo. Hallo. Hä? Hä? Ich kann nicht kommen. Ich auch nicht! Was hat der Scheiß? Jetzt. Verfügbar. Verfügbar. Sorry Caro. Hei! Patrick! Neein! Ich bin zu weit! Woa der Wegser. Der wollte mich wegbusten. Nein! Ich bin zu weit! Nein! Ich war fast zu kurz und hab einen boosten. Haha. Ich bin zu weit zu. Hey Tommy du kürzt ab. Das hält nicht. GG. Ihr habt Spaß, hört sich so an. Nein nein nein. was ist euer begehren? Eääh! Neeiin! O. oder was? Warum ist da der Punkt? Die Kurve ist echt ein bisschen hunsionhaft! Yo! Nein! Woau, Alter! JA, Pfusten! Er hat mich angeschossen! Woher kommt's? Du tiddra warst! Ihr kommt doch grad rechts, Alter! Der WIGS! Oh, lo. Hallo! Nein! LOL! LOL! AHHHHH! Scheiße! Hahahaha! Geh ihm um! Geh ihm um! Geh ihm um! Schöpett mit! Fick dich! LOL! Ah! BALL! Der Boost hält ein bisschen lange. WACK DA CARO! AHHHHH! AHHHHH! Au! Habe ich mal richtig schön gegen die Wand geklatscht. So, das machen wir jetzt ganz einfach. Schön, sicher, ohne Boost. Ja, denn dann... Patrick! Ah, der kommt da mit Boost angepfeffert! Zweite Runde. Hallo! Zweite Runde. Was ist denn der Quatsch? Was ist denn der Quatsch? WOLDIVOLT! Ich hau ab! Ich hau ab! Ich hau ab! Nein! Ich dreh mich! Nee! Tschüss, WOLDIVOLT! Da war's doch mal der Erste! UUH! Kurve! Huuuui! Mach WOL! Hier ist der Punkt! AHHHHH! Bremse! Wir hatten der Shit dahin gebaut! Was ist denn der Quatsch? Zweite Runde, Harald! BUM! HARI! HARI! Habe ich jetzt auch! Zweite Runde, gar kein Problem! HARI HIRSCH! Mein Name ist HARI HIRSCH! Der rase Reporter! Oh, Lord! Wer denn? Wenn du so heißen willst, dann okay! Wäre cool! Hehehehe! Nein! Respektise in Entscheidungen! Hehehe! Ich darf mich da selber entscheiden, oder? Ja! Yo! Aber du heute! Morgen nicht mehr! Oh, Lord! Es sah so aus, als wäre hier vorne jemanden gefahren! Aber ist er nicht! Nein! Ja, moin! Ich häng leider ein bisschen zurück inzwischen! Nice! Gefällt dir das? Oh, wie machst du das denn? Bei mir machen wir einen Fehler bitte, ne? Hm, warte! Nein! Doch! Markus! Hallo! Hallo! Nein! Nicht langweiler, sondern Drehharder! Hey, langweiler! Und Drehharder! Erster! Du wirst Drehharder! Langweiliger! Au! Wer baut denn hier so? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Rollbahn und so voll! Aaaaah! Au! Den, 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 den! Go, go, go! Power Rangers! Hui! Fast hat Sampleen! Putz! Da ist er erster! Halt, Mann! Aaaaah! Da fliegt er weg! LOL! Uts! Da ist der Zweiter! War's schon? Ui! Hä? Ich würd ihr sein nicht grenzen, ne? Bam! Da ist er Trieb da! Hey, was soll der Quatsch? Ablele, fei! Oh, da geht's lang! Hallo! Man hört hier sicher! Sicherlich abkürzen! Machst du aber nicht! Au! Wuuu! Wuuu! Ich bin schon groß mit viel! Au! Ja, das bist du! War doch geschafft, super! Gar kein Problem! Hallo! Beim ersten Versuch! Ich bitte dich! Hä? Easy! Leute, das war die letzte Sekunde, glaub ich, in der ich reingekommen bin, oder? Ja, wahrscheinlich! Das ging instant bei mir in den anderen Bildschirm! Und dann würd ich sagen, was das für die heutige Folge hat! Dritten auch noch, was euch gefallen hat! Guckt in die Videobeschreibung, da sind die anderen verlinkt! Guckt bei denen an meinem Kanal vorbei! Lasst ein Abo bei denen da! Und natürlich auch ein Like! Machen coole Videos! Ja! Guckt auch in die Videobeschreibung wegen meiner Social Media Plattform, sprich Instagram, Facebook und Twitter! Könnt ihr mir gerne eine Folge natürlich auch schreiben! Ich schreib gerne mit euch! Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Ade! Ciao, ciao! Tschüss!